Tagebuch der Mutter Niemand hat das Telefon abgenommen Ich habe gedacht, du würdest wohl schlafen und das Telefon nicht hören Ganz normal bin ich dann zur Chorprobe gegangen Beunruhigt war ich dennoch Das eigene Kind trug, wenn man selbst noch lebt Alles vertrieb Wie wenn die Meere in die Flüsse und die Flüsse in die Quellen fließen würden Und ich weiß eines noch nicht Ich sah sein Gesicht so ausdrücklich Ich sah sein Gesicht, ich sah den Ausdruck auf seinem Gesicht und Wir werden dann jeder über die Treppen wieder hinauf gehen Jeder hinauf in dein Zimmer und die Koffer packen Lass doch verstehen Ich werde nicht sagen, ich kann nicht sehen Dieser Typ, der will uns doch auseinanderschießen Der will Inseln aus uns machen, das dürfen wir nicht zulassen Alleluia Untertitelung des ZDF, 2020